Wir haben eine Herausforderung wieder nacheinander. Dann fährt es auf. Wir waren mit ihm wieder. Wir müssen ein bisschen gehen. Guck! Ah ja. Tja, sie muss noch suchen. Der Löwe war cleverer als sie. Der Löwe? Er hat gleich ein Stückchen geholt. Er holt jetzt gleich noch ein paar Ämchen. Jetzt hat er es gesehen. Jetzt hat er es gesehen. Fleisch. Heißt? Muss ich? Warum? Das ist ein schönes Kind. Vielen Dank.